Hier findet gleich die Premiere des Films The Rose of Haifa statt Und zu diesem Film Hi, ich bin's Jana Gestern war mein 18. Geburtstag Endlich erwachsen Ich war schon immer ein besonderes Männchen Ich war ein besonders schwieriges Hau ab, ihr Penner Ich füge deinen Mut nach Aupa, soll ich dir Ihren Hunger geben? So ein Tick von mir Zum Beispiel kopiere ich Posts, die ich cool finde Oder ich ändere die Posts ein bisschen um Damit sie stärker werden Das waren ja gar keine Flüchtlinge, die in unser Land gekommen sind Sondern Leute, die sich hier auf unsere Kosten durchfüttern lassen wollen Ein Pol Pot-Battler und Pitchstellen haben die aus uns gemacht Da schön die Fresse hält und sich gegen nichts mehr auflehnt Sowas nenne ich Polzverräter Polzverräter, 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 Polzverräter Sprecht mit euren Freunden, Eltern, Verwandten, Bekannten Und sagt denen, was schiefläuft in diesem Land Na, was machst du denn? Schämst du dich überhaupt nicht mit Dazis zu marschieren? Jana, du kommst jetzt sofort mit nach Hause Lass mich hin Mit nach Hause Jana Komm, du sagst, du schlägst Komm, du sagst, du gehst, du bist in diesem Land Komm, du sagst, du gehst, du gehst, du gehst Untertitelung des ZDF, 2020